Ich bin hier so ein klein bisschen im Korkrausch und will jetzt noch diese Korkplatte hier anleimen. So. Ich muss noch nicht nur hoffen, dass da eine Flasche hinpasst. Jawohl. Damit wäre ich nach dieser Seite hier erstmal soweit ruhig und versuche nach der anderen Seite noch Fortschritte zu erzielen. Das kann man da wohl ein bisschen mitgeben. Hier geht es weiter. Ja. Das passt sogar um, dass man da schneiden muss. Ja. 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 Übungen sammeln. Denn ehe dieses Stück nicht festgetrocknet ist und die Stücke da hinten, kann ich die Gleise nicht verlegen. Und ohne verlegte Gleise kann ich nicht genau das Aufkleben von Kurven beschreiben. Wobei ich natürlich andererseits schon mal etwas Kork für Kurven zuschneiden kann. Heißt auch der Bursche kann in seinem Behälter. Sollte Gleise. 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 Da bin ich jetzt selber ein bisschen gespannt, wie das klappt. Da bin ich jetzt hier. Da bin ich jetzt hier. Na ja, außer dass das völlig in die Arme geht. Und ich werde jetzt mal versuchen, die ersten Schienen zu verschrauben. Und dazu hätte ich gerne zwei Schienen, die ziemlich neuwertig sind. Okay. 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 Ja, das sieht gut aus. Jetzt brauche ich noch die Kombizange, um die Laschen etwas zuzudrücken. Und ich weiß doch, dass ich die Zange gerade auch im Einsatz hatte. Da kann man sich ja nicht in Luft abgelöst haben. Da. 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 Da.